Jetzt haben wir einiges zu tun. Du hast eine Weakness für Nostalgia. Oder eher, hast du es benutzt, um eine Liste von Enemies zu recordieren? Junge Mann, du musst deine Moral-Kampus checken. Reading eine andere Person's Diary ist ein Schmerz in jeder Kultur, die ich denke. Aber du hast nicht die Frage gestellt. Du hast bereits readt es. Warum verletzen Sie? Ich schreibe einfach meine Leben, um meine Erinnerung zu halten, von misinterpretation. Letters und Pages. Don't lie. Aber der Text-Camp. Mit diesem Buch, du hast versucht, eine Anerkennung auf den Elfen? Ihre Insinuungen sind aus dem Platz. Goliath ist ein Schmerz. All ich wollte, war es verstehen, die Erinnerung zu verstehen. Wie ein Wissenschaftler würde tun, habe ich recherchiert, analysiert und beobachten. Dann, was conclusie du hast? Das Theodor Gildan hat den Schmerz gemacht. Er konnte nicht die richtige Umgebung für den Schmerz. Mein Interesse in den Schmerz endet dort. Gehen wir weiter. Wie kann ich sagen, du bist ein Mann aus der Akademischen Welt. Also, dieses Buch über Naib und Laura ist einfach eine Empirical Studie? Was? Das Nase? Ich würde lieber verlieren meine Augen, als ich suche Schmerz. Also, du wissen nichts über ihn? Ich weiß nichts. Ich wünsche mir, dass ich es nie gehört habe, in der ersten Zeit, diese Schmerz der Schmerz. Do I hear traces of envy? Du bist noch relativ jung, aber du kannst dich selbst finden, Laura. Vielleicht, ich liebe Naib, für ich kann nicht einfach nur blowen Menschen ab, für mich zu beschäftigen. Das ist alles. Du bist jetzt glücklich? Wunderschön. Ich habe nichts, 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 ich habe nichts. Was ist mit diesem Intricate Recruitment-Prozess, pro-Britisch-Workers-Charge-Less? Als Head of this Organisation, I need to secure a productive environment. Es ist impossible to do so, wenn es politische Unterschiede gibt. Especially hier, wo die native Population nicht unterstützt unsere Efforts zu finden, die ancient Artefacts zu finden. Decent Pay kann auch stimulieren Productivität und zu verhindern, keine politische Discorden. Du hast nicht gedacht, das? Du bist jung, du hast Zeit, um zu flitteren und zu kämpfen mit allen, die du möchtest. Ich habe keine Lust, unsere Arbeit bekommen genug Geld für was sie tun. Also, nicht starten eine Diskussion, du wissen nichts über. Ich bin ein Buscher Mann. Gehen wir weiter. Gildan's Elephant ist ein ziemlich ungewöhnlich addition zu Cordona's Fauna. Was ist deine scientifische Opinion auf das? No matter how much Theodore loved it, it still remained a wild animal trapped inside a stone pen. Goliath needs savannahs, fields, lakes. Ich bin sicher, dass Goliath nicht ein Plan hat, um seine eigene zu gehen, um zu den savannahen zu gehen. Was denkst du? Nein, animals nicht in einem typischen Sinne zu töten. Ich kann nur presume, dass er versucht, sich zu retten von der Kapitivität. Von Theodore! Das ist eine gewöhnung, die eine gewöhnung, die eine gewöhnung war. Erinnerst du eine gewöhnung? Es ist, dass du eine tool nicht zurückgebracht hast. Ist das Schuss, dein Schuss? Ich bin ein Schuss, die Schuss mit einem Schuss mit einem Schuss ansehen? Ich brauche nicht. Es gibt viele Möglichkeiten für die Schuss, und außerhalb des Schuss. Ich habe andere Menschen für mich, Herr Holmer. Ich bin ein Buscher. Ich habe nichts mehr. Ihr Partner hat eine sehr spezifische Artikel für die Dinge, was er hat. Das für ihn für ihn? Das wäre auch für ihn. Das wäre auch für ihn. Ich frage mich nicht, er war ein schweres Tempere. Wie ein wirkliches Businessman. Er ist bereit für die Angelegenheit. Aber es hat jemanden, physisch, wäre etwas neu für ihn, am ich richtig? Absolut. Ich habe noch nie gesehen, dass ich ihn so angry gesehen habe. Der Mann, der mit der Angelegenheit hat, muss sich extrem beeinflusst. Moving weiter. Moving weiter. Haben Sie gesehen, derjenige Imogen Gildan? Nein, aber er ist mit Imogen, so ich denke, dass er eine Freundin von ihm ist. Die Frau hat immer ihren Kopf in den Augen. Ich könnte sagen, Theodor war anders, aber das wäre nicht ganz wahr. Er ist mit den Fähigkeiten, was er? Das ist eine Art Art. Entweder ich weiß nicht viel über Imogen's Leben, oder ihre Freunde. Der type von Elite, der schreckt zu sein. Das Plan hat eine Rift in deinem Geschäft mit Theodor Gildan? Nein, das ist so. Entschuldigung, wir haben nicht eine gemeinsame Vision von dem, was mehr wichtig ist. Der Vergangenheit oder der Zukunft. In meiner Meinung nach, können wir ein Zukunft ohne das Vergangenheit zu bauen. Also, du wolltest hier die Kirche von Vitus retten? Oder, vielleicht, deinen Kontrollen über die Forschung? Nur das Wissen, das rechtlich an die Menschheit gehört. Nichts weniger und nichts mehr. Oh, interessant. Dann haben wir jetzt wieder viel, 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 viel. Da haben wir jetzt eigentlich alles. Die können wir vielleicht... Warte... Ah, was ist denn das? Der silberne Hand, Schatz. Ja, ja. Das ist schön für dich. Aber das machen wir alles nicht. Ich will einmal meine Geschichte fertig machen. Oh, wir haben jetzt wieder viel. Das mache ich mit der Maus, weil das geht halt mit der Maus einfach besser. Füßt, easy. Also, Fahrungszeit, jeder beschuldigt. Dingsbumsi. Ich muss guter finden, weil das gefährlich könnte, ich finde ein Fall jedoch wichtig sein. Ich muss mit seiner Paarungswilligkeit anlocken. Mr. Swift gegen Schuppenwand gebrallt. Professor Swifts Ilbonverletzung könnte von einer Kollisur mit der Schuppenwand auf die oder Skills Anwistenbiterien. Ja, das kann sein. Also, so ist, verschrieb sein Leben der Erforschung der Menschheitsgeschichte und hätte das sicher nicht aufgeben wollen. Oh, das ist halt jetzt schwer. Da warte ich dann, bis die Caro wieder auf dem Rauchen zurückkommt. Wie ist das noch schnell gegangen? Chemische Analyse, oder? So. Ja, ich hab's gehört. Einmal drei. Brauchen wir. Und wie ist das noch schnell gegangen? Na, warte mal. Drei. Minus fünf. Und plus vier. Schätzt du, was denn das ist? Und plus vier. Hä? Ich hab's gehört. Hah, hab's gehört, oder? ich habe pheromone aus der flüssigkeit extrahiert wir können uns jetzt ins gesicht stehen oder was das problem ist wie wollen wir den jetzt anlocken und wo ist er gestanden dass das wachsticht wachsticht das wachstuch das war in der kiste das war das wachstuch ja aber das wachstuch habe ich jetzt anscheinend in der tasche er dürfte sich mit gas befüllen lassen mit dem nebelhorn der bootswerkstatt kann man schiefen signal geben vielleicht sich für meine zetwecke verwenden das heißt war das ist kompliziert aber wurscht das bootshaus war jetzt in da nein das war unten bei der jacht links der spätestens wenn sie einmal wissen hätten müssten mit der mit die anderen wäre auch ob sie schauen nicht drauf jedes mal schlossen oder einfach in die hose brunzen geradeaus die fallen nicht ins wasser Du musst dich fallen. Hornmaschinen? Ja, die Tasse ist auch noch immer da. Ich gebe jetzt erst ein Schneebelhorn. Ist das Nini? Okay. So, Miss Nini sollen wir gehen. Ich gehe aber noch mal zu unseren Freunden. Just be quick! Just be quick! Be quickie! Was? Die Miss Nini, wo ist die Miss Nini? Na ja, irgendwo in der Stadt da drinnen. In der Stadt? Ja. Geilungshändler, glaubst du, ist das der Geilungshändler gleich da? Oder glaubst du, ist irgendwo anders. Aber ich schau mal da hin. Ich will jetzt nicht alle klären. Warte mal, die Miss Nini waren nicht dort, wo wir zuerst... ... bei der Polizeistation dort in der Nähe. Bei dir wird schnell sein. Was ist das? Du wirst nie so großartige Schilder finden, irgendwo anders. Just take a look. Die feinste Kleine für die feinste Menschen auf der Eiland. Das ist nicht, die wissen ich nicht. Die feinste Kleine für die feinste Citizens. Ich glaube, das war die, die in der Nähe von der Polizeistation war. Bring it over. Take your time. Das kann nicht gut sein. Wisst ihr da, wo wir zuerst da waren, wo uns die Polizei quasi hingeschickt hat? Du weißt die bei mir mit der... Ja, ich weiss da auch nicht. Aber schau. Wo ist die Schilder, wo ist das deppere Polizeirevier? Das da könnte sein. Das kann sein. Hast du das jetzt schon gemacht mit dem Nebelhorn? Warte mal. Hä? Warte mal kurz. Hast du das schon gemacht mit dem Nebelhorn? Ja, das habe ich schon mitgeholt. Ja, passt. Ja, probier es halt einmal. Ich weiß nur, wir waren bei einer ganz am Anfang. Die Eule, ja. Und die hat uns ja probieren lassen und alles. Und das ist sicher die gleiche wieder. Genau. Da hast du speziell irgendwas anziehen müssen. Genau. Und dann hat sie gesagt, ja passt nicht oder passt das. Genau. Ja. 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 Ich muss colgeschrank stecken. Ja. 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 Pfff, sie ist ein wenig blöde, ich muss sagen. Goliath ist für ein einziges Mädchen in seiner Bereich. Es sollte nur genug sein, für seine Gute. Du musst mir vertrauen. Sind wir bereit? Ich kann nicht die Tension. Wir sind bereit. Lass uns den Elefanten kenne. Ja. Wir sind bereit. Wie kann jemanden resisten? Ich habe eine Frau, die einfach so gesagt hat. Ich bin bereit. Geh deine Zeit, Sherry. Das hat einen Kuss. Und dann einen Kuss. Und hier ist unser liebster Freund. Da ist er schon. Oh, das hat man gar nicht gehört. Der Mörder Elefant ist da. Schau, wie verliebt das er ist. Der hat schon jetzt am Schaden. Was ist das? Warum bringst du ihn hier? Ich werde es nicht platzieren. Ich verlinke dich. Es ist nicht eine temporäre Mäser. Es wird lange dauern, bis der Elefant weg ist. Ich versuche euch. Oh, das Spiel hat sich aufgehängt, kann ich da mal. Sieh was. Wow, dann hat sie auf die Gottschung gehabt, da. Das kann auch sein. Das kann man ja, wie heißt es? Analysieren. Das kann man ja, wie heißt es? Analysieren. Das kann man ja, wie heißt es? Analysieren. Sie haben das gewonnen von ägyptischen Dingsbums. Warte kurz. Ach so, wir müssen da jetzt eine chemische Analyse machen. Wir brauchen auf jeden Fall, wie oft können wir? Zwei. Das heißt, das da muss... Warte, ich mach das schon. Das ist da. Ich muss das mit der Maus machen. So. Und jetzt brauchen wir minus drei von denen. Minus fünf plus zwei sind minus drei. Okay, das ist zu kurzfristig. Darf da nur eins hin, oder was? Okay, warte, machen wir es so. Yes! Cool. Cool. K.O.L.K. Ja. Du bist zu klug. K.O.L.K. Also, wir machen es auch so. So, Giftfell von Mr. Swift oder Paul Perks. Was? Jemand benutzte Ecolite. Jemand wollte Mr. Gilden beschützen. Hm. Hm. Das ist hier doch Giftfelle. Hammer alles. Aber wer? Ja. Ja. Paul könnte am Tarot gewesen sein. Um es zu kümeln... Jetzt aber noch. Kannst du noch herausfinden? oder? Goliath? Nein, aber das war nicht seine Schuld. Eben. Goliath, lass ihn mal weg. Ich glaube, da steht auf jeden Fall, Paul könnte am Tatort gewesen sein. Das ist sein Mann Frau. Ja, ja. Er hat ja genauso Verletzungen. Und jemand wollte Mr. Gil beschützen, ist falsch. Ich glaube, jemand hat ihn benutzt. Nur damit wir das machen können, fehlt noch was.